Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eurem Amazon Echo einen anderen Rufnamen geben könnt. Dies ist ziemlich einfach. Ich zeige euch den schnellsten Weg. Was ihr dafür braucht, ist euer Smartphone. Und bitte installiert auf dem Smartphone die Amazon Echo oder Alexa App und meldet euch hier an. Um den Namen zu ändern, öffnet ihr nun eure Amazon Alexa App, geht auf den Punkt Geräte und wählt hier Echo und Alexa. Wählt das dementsprechende Gerät aus, was ihr bearbeiten wollt. Wir scrollen nach unten und suchen den Punkt Aktivierungswort. Und hier gibt uns nun Amazon die Möglichkeit, zwischen im Moment vier Aktivierungswörtern zu wählen. Standardgemäß ist hier Alexa eingestellt. Wir können allerdings auch Amazon Echo oder eventuell auch Computer auswählen. Haben wir die Einstellung hier vorgenommen, gehen wir einfach wieder zurück, scrollen noch einmal nach unten und überprüfen, ob das Aktivierungswort auch wirklich übernommen worden ist. In meinem Fall ist alles korrekt. Solltet ihr über einen Amazon Echo mit Bildschirm verfügen, wie zum Beispiel einen Amazon Show, zielt ihr einfach hier oben den Bildschirm nach unten, klickt auf Einstellungen, wählt den Punkt Geräteoption und sucht hier das Aktivierungswort. Hier könnt ihr dann dementsprechend auch euer Aktivierungswort aussuchen. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier einfach mal Computer. Mit der Rückwärtstaste speichern wir das Ganze. Wir können das Ganze auch noch mal in der App überprüfen. Hier ist dann auch alles in Ordnung. Jetzt können wir dieses einfach noch mal testen, indem wir hier einfach mal ausprobieren, ob es auch funktioniert. Computer, wie spät ist es? Es ist 13.06 Uhr. Und damit ist alles korrekt und die Übernahme des neuen Wortes hat funktioniert. So, damit komme ich auch schon wieder zum Ende meines Videos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage damit, bis zum nächsten Mal.